Äh, hieße. Ja, hallo. Ich bin der Geist. Habt ihr mich schon vermisst? Ich denke. Nun, hier geht es um eine Geschichte, die sich skurriger nicht sein könnte. Jennifer Pum Kommt aus Frankreich zum Leben und Natur lässt sich fern. Wuhu! Gebt mir alles! Yeah! Blech da! Und... Ja! 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 Over here! Billig, billig! Aber Sie, junge Frau, kommen Sie doch mal her. Oh, 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 meinen Sie mich? Ja, genau Sie! Sie sehen so aus, als könnten Sie mal ein richtig neues Kind gebrauchen. Hm, ja, ein bisschen. Ja, wenn ich mich einmal vorstellen dürfte, ich bin Robin in der Hood. Ich verkaufe Kinder, ich nehme sie von den Armen und verkaufe sie an die Reichen. Oh, das ist aber eine sehr gute Idee. Das interessiert mich. Ja, dann schauen Sie sich doch einfach mal an, was ich hier zu bieten habe. Oh, mhm, mhm. Was können Sie mir denn empfehlen? Ja, dieses Kind, dieses kleine Kind hier ist sehr, sehr gut. Es ist noch nicht so lange auf dem Markt. Ja! Es ist vielleicht gerade mal, ich würde sagen, zwei Jahre auf. Hm, schön, schön. Zwei Jahre. Können Sie einfach mitnehmen? Sehr, sehr, sehr frisch, frisch, frisch. Ja, ja. Sehr schön. Ja, ja. Überleg ich mal. Ja, nehmen Sie es doch einfach, ja. Ja, das nehmen. Nein Sie. Ja, okay. Ja, ja. Alles klar. Was, was kostet das? Äh, Geld. Gar nicht. Äh, für, für, äh, so, äh, ein Dollar für ein Jahr. Okay, äh, hier. Ja. Oh, thanks a lot. Äh, have a nice day. Danke. Äh, tschüss Kinderverkäufer. Tschüss. Kinder zu verkaufen. Kinder zu verkaufen. Over here. Hä? Sanz waren Ihnen nicht Fenster auf der Streiche. Jäh, Nutten. Euer scheiß Geld. Pomp. Oh, Sven. Ich bin weg. Ich komm nach. Oh, vielleicht nimm mich jemanden mit. Oh, was? Ist das meine, was? Ich komm nach. Bissier Trop. Dann steh ich ein. Aber. Ich kann nicht so lange warten. Ich muss nur weit weg bringen. Ho ho. Schur. Okay. Hallo. Ich bin Rizada. Hey, Pomp, na wie war's? Es gab keine Mayonnaise. Schade. Dennis Donker! Hallo Dennis. Pomp, wir wollen ne richtig dicke Party machen und haben den Neger für n Lied eingeladen. Doch der Sheriff will nicht und wir müssen ganz leise sein. Hey, wollt ihr vielleicht ein paar Kinder kaufen? Zwei Kinder? Schauen wir mal. Hä? Ihr wollt eine Party machen? Ich zeig euch wie das geht. Ihr müsst ein Konzert veranstalten. Ich zeig euch wie das geht. Denn wir beide sind alle lustig. Denn wir sind alle Neger. Aber der Sheriff wird immer alles kaputt. Niemand spielt Negermusik in meiner Stadt! Rekrack! Das ist meine Stadt und ich will keine Neger mit ihrer hässlichen Negermusik! Verpisst euch! Ihr habt noch ein Ultimatum von drei Stunden und dann will ich euch hier nicht mehr riechen. Ihr Tiere! Niemand wird Pflicht dir! Nur Tiere sagen, dass sie keine Tiere sind! Es gibt sie keine Regenst molds. Es ist meine babe. Ich zeig euch auch! Es möge die Wasser dann! Das ist toll, das ist toll, das ist toll. Das ist Busy-Gate. Das Halt ist wieder frei. He he. He he. Oh, wir wurden ananas ganz tiefe Meer. Ah ha 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 ha. Ah ha 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 ha. Ah ha ha ha. Ah ha ha ha. Ah ha ha ha. Ah ha 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 ha. Ah ha 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 ha. Uuuh ha 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 ha. Ah ha ha ha. Ja, 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 ja.